Und in der Zeit bist du hingerannt und bist auf die Granate gelaufen. Die Granate hab ich ja nicht gesehen. Das war ja dann zu spät, sag ich mal. Ja, mach. Och, nö. Och, du kennst den Weg schon, oder was? Der Onkel, der rennt da einfach los. Alter, was hast du vor? Die sind nicht, die sehen dich sonst. Die haben Luftunterstützung. Auf sechs. Äxler Position. Boah, also. Sehe noch zwei. Ab 9 Uhr. Ja, wir kennen ja den Weg. Also ich jedenfalls. Die haben ja einen LKW. Naja, ich... Ich weiß ja jetzt, wie ich da vorgehe. Also, so halbwegs jedenfalls. Ach, vorne wird's ja gleich nur wieder haarig. Ein Mann an einem MG. Bis nun hin? Ach, da bist du wieder. Okay. So, bumm. Nicht wechseln. Noch einer mehr. 9 Uhr. Naja, 9 Uhr. Dumm, dumm, dumm. Da ist noch einer. Bumm. Wo siehst du ihn? Direkt da am Frank-Container. So, wie bist du vorhin gelaufen? Auf jeden Fall anders. Nee, du bist auch lange gelaufen. Du hast dort einen Typ. Ja, halt rum. Die haben ein Geschütz aufgestellt. Oh, jetzt haben sie mich entdeckt, obwohl ich genau hinter dir bin. Sie bewegen sich. So, beschiss. Ich war genau hinter dir. Äh. Wieso haben die mich entdeckt, aber dich nicht? So ging es mir vor uns auch. Da hast du gesagt. Okay. Okay. Aber ich gewartet habe auf den Typen. Bis der weggegangen ist. Der geht ja weg nach einer Zeit. Ach, Manuel. Der geht nach ein paar Sekunden, haut der ab und dann kannst du an denen einfach vorbei. Und fertig ist. Oh, das wird die längste Mission werden. Sie werden dich entdecken. Ich erkenne zwei Schützen. Nein, wohl. Sie sind in der Kontraff-Container direkt daneben. Jetzt ist sie aufgescheuert. Super. Du guck. Pass doch nicht, sie los. Der Gegner bekommt Versteck. Mich haben sie nicht entdeckt. Natürlich, du bist zu weit gereinnt mit den Dings. Ich hatte das schon eh die entdeckt. Das stand aber nicht entdeckt. Ja, okay. Sehr gut. Kuckuck. Ja, ist sehr gut. Sehr okay. Du aller Kuckuck, du. Ich habe gesagt, ist sehr gut, nicht Kuckuck. Du hast aber gesagt beim Rennen so, Kuckuck. Wie, guck mal, ich renne an dir vorbei. Nein, nein, nein. Ja, stimmt. Das war aber sinnlos. Nein, Kuckuck. Ja. Ich bin einfach zu der Deckung, ich bin von Deckung zu Deckung eigentlich gerannt. Aber hat er nicht gemacht. Habe ich aber zum Glück noch gesehen. Genau vor uns. Jetzt können wir ja den Weg auswendig. Ja, ich warte diesmal, bis der weg geht. Das kannst du wohl wissen, du. Das kannst du dann drauf lassen. Da drüben, links von uns. So. Du bist den hier unten, ne? Den hier. Ne, das sind zwei. Das sind zwei Typen, die da unten sind. Ja, einer hat mich vor uns auf mich, der hier links von uns steht. Ne, der nicht. Das ist an der Rampe, ist einer. Das ist ein Unterschied. Pass auf, jetzt kommt der Typ da hingelaufen. Pass auf. Ich muss nur warten, bis der weg geht. Ich warte, ey, vergiss ich. Ich wähle noch einen. Rechts. Ich warte. So, siehst du, jetzt geht der weg. So, jetzt kann ich vorbei. Gesehen? Ne, ne? Du bist lange oben. Ja, ich warte. Da oben läuft ja auch einer rum. Geh in Position. Noch ein Gegner. Ach, Scheiße. Rechts. Drück bei dem Container. Ja. W-3 weiter. Müssen erstmal alle da sein, bis gleich die Meldung kommt, von wegen... Wisch schon. Sicher. So, jetzt. Ach so, ist alles lang... Ach so. Ja, das halt, ja. Trotzdem, ich würde sagen, du machst trotzdem wieder den Typen da hinten so, wie du es vor uns gerade gemacht hast. Äh, das geht jetzt gerade nicht. Weil der guckt jetzt... Ah, siehst du? Oh, das hab ich gemeint. Boah, das Nachladen dauert ja ewig bei dem Scheißding. Ja, das war so ein bisschen... Nein! Das war's für tatsächlich. Nein, du bist so... Nein! Nein,時ber Sendung, ich kann mich nicht bewegen! Tod! Wenn ich tot bin, kann sich keine Ahnung mehr bewegen. Biss du denn komplett tot? Wie machst du das denn? Weil, du bist dahin gerannt. Du hattest Schutz. ich dann aber noch dort und wo das Ding standen, da haben sie von allen Seiten auf mich geschossen. Ok. Mensch, hey, das gibt's doch nicht. Ich will das jetzt schaffen. Das ist doof, dass hier kein Savepoint ist. Das ist echt kacke. Wir schaffen das. Da schaffen wir das irgendwann. Weil ich will das schaffen. Allein weil die Mission hier grad so schwer ist. Das ist grad so eine Herausforderung. Ach, gleich sehen die dich. Von wegen. Geh doch mal an Deck hoch. So hab ich's vorhin auch gemacht, aber irgendwie hat das dann doch nicht gemacht. Ich sehe ja noch zwei. Wo? Links. Boom. Kontakt, feindlicher Transporter. Alter. Zwei Gegner kommen dazu. Wo sind sie? Genau hinter uns. Du könntest hier gar nicht mit ballern, ne? Das würdest du gar nicht überleben. Ein Feind in deinem MG. Die irgendwie ein sind auszuschalten. Das würdest du gar nicht schaffen. Wenn es viel zu viele auf einen Haufen sind. Da ist noch einer. Meiner Meinung nach. 12 Uhr. Ich sehe noch zwei. Und was ist der Typ? Der, der da gerade runterläuft. Der haut dann ab. Und er sitzt durcheinander. Die machen da Schichtwechsel oder sowas. Sie haben automatisch Geschütze. So, was ist der Typ? So, jetzt kann ich hier durch. Oh, fuck. Der LK wieder V4 ist noch netter. Das ist der LK. Doch, 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 doch. Jetzt, jetzt ist Schichtwechsel. Hä? Wie denn? Wie konnte ihr mich denn entdecken? Wie konnte ihr mich jetzt entdecken? Wie konnte ihr mich jetzt entdecken? Wie konnte ihr mich jetzt entdecken? Irgendwas. Weil der LKW kam. Der kam vor uns früher. Oder wir waren einfach zu schnell. Ja, natürlich. Wir haben den Weg hier rumtippelt. Meine Fresse, ey. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Also jetzt warten wir auf den LKW. Das wissen wir jetzt schon mal. Und ich warte immer auf den Typ, der da dann Schichtwechsel macht. Du tigerst ja da einfach vorbei. Das mache ich nicht. Das habe ich vorhin gemacht. Hat nicht funktioniert. Sieht nach zwei Schützen aus. Da drüben, links von uns. Sehst du den Frachtcontainer? Daneben? Die schauen zu dir. Pass auf. Teilliche Luftunterstützung. Komm hinter uns her. Unterwegs. Die entdecken dich gleich. Wir haben ja einen LKW. Scheißdreck entdeckt mich. Ich erkenne noch zwei. Auf sechs. Ja. Pass auf. Ein Feind in einer MG-Stellung. Noch ein Gegner. Alter. Sechs Uhr. Also ich warte jetzt. Ja, jetzt kommt der LKW. Siehste? Ein Ming-Gruß. Da ist noch einer. Wo ist der? Zu unserer Linken. Beim Frachtcontainer. So, jetzt ist der durch. So. Erkenne noch zwei. Sie sind links von uns. So. Jetzt ist Schichtwechsel. Äquator. Vergiss es. Du Tiger ist einfach durch. Das habe ich vorhin schon gesehen. Ne, 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 ne. Die haben Geschütze. So. Schichtwechsel. Und durch. Wir müssen uns um noch ein Gegner kümmern. Auf neun Uhr. Wir sind. Wir müssen wirklich jetzt taktisch vorgehen, weil sonst bist du echt hier Matsch, ne. Nochmal vier Gegner. Genau vor uns. Tja. So, ich bin da. Oh, jetzt. Oh, jetzt machst du mal. Wo siehst du sie? Auf 6 Uhr. Warte. Wo war das? Hier vorne war der, ne? Hier, hier hinten ist das. Ja, warte. Warte, warte, warte. Der läuft ja grade hin. ich warte bis der wieder hierhin kommt oder sieht den einer jahre ja auch ein anderer den sieht andere gegner war jetzt ist er hier jetzt kommt er zu mir macht hier eine kuckuck ich wäre es zuerst ein kuckuck er läuft hier einmal rum was ist gemacht die wurden oben drüber geknallt was denn ist doch nichts passiert du wirst ja entdeckt da ach crazy das war noch nicht voll das ding wir haben hier nicht da es ist ein körper hab ich hier weggehe jetzt weiß das k holl bitte hilf mir einer bitte ja tot noch so neue um ich habe nicht entdeckt wir haben eine dicke fette Splittergranate angeflogen dann lag ich auf dem Boden und denkst du der hat der hat losgelassen nein der schießt weiter auf mich ja so bin ich von uns auch gerade gestorben da war im Boden und das war auf mich eingeschossen ein bisschen konnte ich noch kriechen aber nicht viel so meine lieben Freunde es könnte sich noch langweilig ist jetzt noch langweilig wir schaffen es jetzt einfach mal es könnte sich noch etwas hinziehen vielleicht 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 auch nicht es kommt ganz drauf an und denk an den LKW ich würde schnell ich würde schnell drei weitere Gegner zurück gleich sehen die dich gleich sehen die dich der obendrauf hat mich fast gesehen ach so ja das war nur ganz kurz war mir vorhin auch ich sehe noch einen links von uns keine Fresse noch einer mehr zur linken warte auf den LKW pass auf der kommt gleich hoffe ich jedenfalls jetzt kommt doch das ist weil wir hier halt durchziehen und deshalb kam der vorhin so spät die wir so schnell gemacht haben so jetzt ich erkenne noch zwei es kommt Schichtwechsel der Tigger da einfach durch das kann ich nicht machen du kannst das machen komischerweise ich nicht auf dem Weg hier ist noch einer direkt voraus so also wir müssen das auf jeden Fall taktisch angehen weil sonst ist hier echt feierabend aber vorhin hat das ja gut geklappt mit dem einen ne den hab ich da umgehauen und dann war gut ne das würdest du jetzt einfach in dieser Folge oder in diesem in diesem Versuch mal einfach dieses scheiß guckung lassen weil jeder soll mit der guckung sagen es gibt eine halbe Sekunde später nicht schief kuckuck kuckuck nein liebe Wüchser ja du lachst uns jetzt gehts wieder schief nein das ist besser an dem scheiß guckung jetzt ist doch gleich da hinten verstecken können ich vergess das nochmal ja warte 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 wo ist er was wir haben einen gefunden was machst du denn wie konnte er mich denn sehen ja weil du wieder du hast im Blickfeld von dem anderen den Typen getötet ganz einfach ich hab das doch ich hab das doch ach da geht die Tür auf da kommen die her ja bummstisch ja diesmal scheint es aber auf jeden Fall besser zu klappen nicht lege mich denk auf du verfolgt Autsch 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 schießt auf mich sie wurde ich hin retten soll sind die alle alle ach hier oben halt hier oben hockt Arana rum k k k k alter Alter! Ich muss mal hier in die Munitionskiste irgendwie reinzukommen. Schießen die denn hin? Hier ist kein Schwein! Och je, der eine! Och mann! Ja, endlich! Haben sie mir den Feind weggenommen.